Weiter geht's im finsternen Verlies. Hui. What? Das war mein eigener Fehler. Sorry. Mohen tut mir aber gar nicht leid. Wusstet ihr das? Ich meine, was muss man auch so blöd sein? Nosferatu will dich doch nur essen. Du gibst gutes Geflügel ab. Save Station. Yay. Allihop. Ja, ja. Oh Gott, Geister. What? Ey, ich bin nur reingelaufen. Wir sind hier nicht in Doom Raider, weißt du. Leave me alone. Da lang geht's. Ey, glaub du im Ernst, dass ich darauf reinfalle? Eine erneute Save Station. Oh Gott. Haha. Oh Gott. Wie ekelhaft. Säure. Und ihr könnt da drin leben. Oh, ja tut mir leid. Morhun, du kleine Angsthase. Nur weil du so ein kleiner Angsthase bist, muss ich wegrennen. Blöde Fledermaus-Bande, ey. Yay. Yay. Lasst mich hier nur. Als ob ich mich euch mal eben so nah näher, ne? Nie im Leben. Egal. Ein Wolf. Komm her. Okay, wir hätten auch rennen können, aber das hat keinen Stil. Leave me alone. Lasst mich, ey. Oh Mensch. Nein. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich glaube nicht. Aber Morhun, ich habe kein Mitleid mit dir. Gar nicht. Ich meine, was muss doch so blöd sein und zu einem verwunschenen Schloss führen, das eigentlich genauso ist wie bei Nosferatu. Also, also, naja, also wer so blöd ist und in das Schloss von Nosferatu geht, der, naja. Aua. Ali hopp. 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 Und dann noch Ali hopp. Ja, Ali, los, hopp jetzt. Das lasse ich nicht zu. I will kill you. Ich kämpfe doch nicht gegen dich im Nahkampf. Glaubst du, ich bin bescheuert? Auch das Level haben wir abgeschlossen. Wie lange brauche ich denn immer so für eins? Keine Ahnung. Steht ja nie da. Im nächsten Level... Oh nein! Wartet mal, ich gucke, wie viele Levels noch ungefähr... Wir sind fast am Ende. Okay, ich zieh's heute durch. Wir sehen uns gleich bei grausiges Gefängnis. So-hooo-hoo! So-hooo! Bis zum nächsten Mal.